Hallo. Na? Ja, wir bauen mal Brücken heute. Komm, ich fuckle hier nicht lang. Ich baue mal Brücken mit euch. Und das kommt auf dumme Weise, weil ich es ja wahrscheinlich wieder nicht kann. Wir gehen auf Stufe Mittel Bridget Plus. Ist es hier. Und oh Gott, ich hätte nicht auf Viguardy stehen sollen, weil für mich, ihr seht zwar auf dem Monitor wahrscheinlich normal, aber für mich ist es da unten links, da oben rechts ist das Bildschirmende. Das ist so what the fuck. Okay, was haben wir noch an Material? Können wir Hält erstmal, ne? So. Seems to be legit. So. 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 Speichern. Achso, ne, ich wollte jetzt speichern. Ich wollte jetzt, ich würde jetzt gerne, ähm, simulieren. Ähm, zurück. Filmisch. Ach, das ist geil. Ähm, Reset. So. Ne, ne, ne. Ja, ja, wir haben wir, wir haben wir gegriffen. Oh, hallo, können wir, können wir. Knickt auch in der Mitte an, da soll man sich auffallen. Aber sonst ist es okay, alles gut. Ja, also wir können jetzt zurück. So, alles klar. Äh, ist doch egal, wie viel ich verwende. Dann, ja, ich dachte, wir haben so ein gewisses Limit. So, äh. Okay, ich verstecke dich noch doller, alles gut. Mann, 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 Mann. Wir müssen mal sehen, ob das, ob das schon mehr sorgt. Ne, da unten. Jetzt klickt er da unten ein. Geht auch nicht. So, mal weg mit euch hier. Geht's weg. Ähm, wir können natürlich auch Stahlträger nach oben bauen. Das ist ja die Brücke. Okay, nicht hält. War ein Gedanke. Dann bauen wir noch mehr auf Stahl. Das sieht natürlich scheiße aus und wird noch nicht halten. Gebe ich dir Brief und, äh. Hält. Nicht hübsch. Fährt keiner drüber? Hallo? Fährt keiner drüber? Ich höre einen Zug. Ich ahne Böses. Aja, da ahne ich jetzt gleich sehr Böses. Hält. Lassen wir so stehen. Das ist ein Bauwerk. Da bin ich stolz drauf. Das können wir... Lassen wir so. Noch einer? Äh. Der war schon schwerer, wie es aussieht. Dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Oh. Achso, ja. Ich bin mit den Kosten dann drüber. Da ist das Budget. Ähm. So, könnte der Zug dann mal kommen wieder? Ich muss immer warten, ne? Okay, AppM hält. Hält. Die Pfeile unten wackeln ein bisschen. Aber egal. So, Phase. Ja, schnell. Dankeschön. Und jetzt müssen die Phasen immer überstehen. Und dann habe ich es geschafft. So, hier. Einfache Brücke. Easy going. Hier müssen wir da sich das Gewicht noch verteilen zum Schluss. So, er ist hier. Meine Hoffnung. Er carry durch. Er carry durch. Hier ist es ein bisschen Gold wert, aber hier. Es reicht hätte ich auch hier. Ja. Geschafft. So, Test bestanden. Punkte, defekte Teile. Null. Nächstes Level. Es ist zu easy. Äh. Für Eerie. Oder auch nicht. Ähm. Was haben wir jetzt? Wir haben Eisen, Seil, Stahl. Alles klar. Wir brauchen ja wieder eine Bärn hier. So. Wir haben nur Eisen. Okay. Mhm. Und dann haben wir noch. Upsi. Und seine Kosten, Budget, sieht gut aus. Ich stelle es mir, glaube ich, gerade viel zu einfach vor. Ist auch nicht hübsch. Was erfüllt den Sinn, den ich will. Eigentlich könnte ich von denen von allen Seiten nochmal zugreifen, ne? So, wir starten jetzt mal. Ja, da oben zieht er. Gut. Bestanden. Nimm mal mit. Oh Gott. Entschuldigung. Ja, nächstes Level. Also. Sie suchen eigentlich nicht die Tekten. Da sind sie an der richtigen Stelle. Stahl, Hydraulik, Lenk. Ach du Scheiße. Das wird jetzt schon interessanter. Also ja, alles klar. Wait. Ich hab jetzt Hallus So, wir machen mal so Pass mal auf Ja gut, hält immer hinter dran Oh, lezibbe Wir haben keine Seile, wir haben aber Stahl Gott, das ist ja fürchterlich Mit dem Husten hier Das muss am Wasser halten Hier sehe ich ganz genau so Das passt Hier kommt nämlich an dem Boot durch Ich bin mit dem Gelenk noch überhaupt nicht Irgendwie Zufrieden hier Aber das fällt trotzdem noch ins Wasser So, wer kommt denn hier Was kommt dann, was muss ich erwarten Autos Sehr schön, weiter Was kommt als nächstes Nichts Gut, die Hydraulik muss oben rein Natürlich Um die Brücke zu halten Nehme ich mal an Oh lol Könnte aber gut So, fangen wir nochmal neu an Das ist, das ist kompletter Bullshit Ich hab da auch gerade Kompletten Fehl, Fehl, Fehldenker im Kopf Ähm So Wir brauchen nämlich Stahl nach oben Und Warte, nochmal Gut, das hätten wir dann auch Geklärt Mal sehen Das endet nur daran, was Alles klar So, da haben wir jetzt die Kraft Gut, das ist das, was ich wollte Alles klar So geht's hin Zwei im Sinn Hydraulik Eres So, die Mitte fehlt natürlich noch Komm Wollen wir mal ruhig Die kriegen wir Wie Denk noch ein Teil rum Warum, was ist da los Ah, wollte ich nicht Äh, muss ich noch ein Gelenk einbauen Damit Äh, das ist doof Das Kackler unten albt, ne Das kann ich nicht in den Boden bauen Sack, der Bald Es ist aber wieder so Ja, von außen Ihr seht wahrscheinlich schon längst die Lösung Dann kriegen wir besser Wird er blöd in der Röbe oder was Und die Antwort ist Ja Ich hab grad einen Hänger Nicht in der Hose Was ist mit dem Gelenk? Was macht er denn mit dem Gelenken? Boom Mh Unterstoff, was macht er denn mit den Gelenken? Da bin ich mir noch nicht so sicher Was? Kann man nicht mehr Infos aufrufen? Nein, kann ich nicht Stahl hält mehr aus Warte mal, das sah gut aus So Mit der Drollig hält er alles Mh Huch, nee Das wäre jetzt für mich nur so ein Bestreben Dass wir hier wieder Stahl haben Hier auch Aber das ist nichts Richtung Bohnen Das ist doof Wenn das ist Aber Ja, ich rufe doch gar nicht mehr Okay Gut Da sind die Beigelenke drin Nur das ist hier Da nicht gut Bricht ein So bricht es ein So hält es nicht Sieht auch gut aus Das Das Suckt Balls Vielleicht dann dafür Eisen Damit es nicht so hart ist Vor allem Vor allem bei dem ist es so normal Und gut und richtig Das will ich jetzt sehen Er zieht das hoch Er hält das Darf er doch nicht mit hochziehen Stahl the way to go Gucken wir mal Achso, ja Hatten, das haben wir schon gesehen So Gucken wir mal Start Ja, ja Komm Das ist gut Wo ist es auseinandergebrochen Das muss ich mal Da sind doch Gelenke So, nochmal Start So, haben wir Okay, die Gelenke dürfen da hinten nicht sein Das habe ich schon Nein Ich probiere mal so Dass er so zurückzieht Das ist nicht eine Entzugweise Glaub ich Da ist nur Da ist nur So ein ganz kleines Problemchen dabei So Feuer frei Ja, guck, guck, guck Beautiful Beautiful Und da sind die Gelenke Allesamt dran Okay, okay, okay Simulieren Nochmal Starten Jetzt ist aber gleich die Brücke Achso Jetzt aber Jetzt ja Da oben dürfen keine Gelenke sein Nur da Ne, da auch nicht Nur da Halt Nur da muss ein Gelenk sein Er darf sich nur da bewegen Die Brücken werden sonst hochgezogen Jetzt ab geht's Start Go for it Sieht gut aus Ja, so muss das Ja Ingenieur on the way So, was kommt jetzt noch? Nächster Level Wir gucken uns die nochmal spontan an Ich wollte eigentlich nur einmachen Das machen wir mal noch Was sehe ich mich noch? Was haben wir hier? Ach du Schwermetall Okay Das Baugeräusch wie aus Was ist denn das Hängeseil? Bitte schön Nee, nee Passt schon so Nee, nee So Ist nicht It's not perfect I know But It's Truth Girl, you know It's truth Truth Oh, die Schüttel So 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 Das ist nicht gut Oh Das ist auch nicht so gut Wie ich wollte Das ist da jetzt schon mal scheiße Was denn damit ist gut Es muss nur da der Halt gegeben werden Okay, das ist die Lösung Oh gut, alles klar Das war für mich nochmal so ein So eine Bestätigung Das Hallo Was war denn jetzt mit ihm Ist die Hängeseile stärker? Ich glaube ja Huch So Loll Weil die jetzt Jetzt wackelt das Menschen Vor der Möhre Ja Aber da halten die Seite doch auch Wieso Da nicht Ich werde gleich böse Möchte ich böse Äh böse Tell me why It is What it is Das Seil hat also zu viel Auf dem Kerbholz Da hinten genauso Er ist auch nicht wirklich fest dran Jetzt hängen sie alles doch eigentlich scheiße Oder was Warte mal So Ich glaube das ist hier schön irritierend Das ist eine komplette Grütze eigentlich Außer für untenrum eben halt Halt kurz was mache ich denn hier Untenrum ist das Seil nochmal stärkend Ähm Stab nochmal Ja ja da wackelt das schon wie Möhre Da geht es noch Das wird gleich nicht so gut Was haben wir als nächstes Kommt der nächste bitte Ach das war schon der nächste Ach das war schon Okay gut dann hätte ich es uns sein lassen können Äh Apropos das war schon Also auch damit Immer ein paar Brücken gebaut Ich glaube ein paar nochmal weiter Mal sehen wohin es geht Nutzen sie Steintürme In Kombination mit Kabeln und Eisen Um 100 cm langen Zugverkehrsbrücken zu bauen Das kriegen wir auch hin Hoffe ich Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao